so guten morgen meine lieben und herzlich willkommen zum fünften tag ich weiß nicht ob es eine antwort für den vierten tag gibt wenn nicht müssen wir die gleich nachholen ihr seht schon kein rucknack voll geil ne wir sind auch so halbwegs fit oberschenkel brennen alles anders okay wir sind ja gestern in den norden angekommen sprich die 335 kilometer und wir machen uns jetzt ganz gediegen auf die socken in richtung fähre um auf die norderney zu kommen und wir gucken mal beim bahnhof vorbei was so ein zug nach hause kostet ich glaube man hört es nicht richtig wegen dem wind aber ich versuche es einfach mal so wir sind jetzt hier auf der norderney wir haben es geschafft wuppertal norderney wir sind jetzt an unserem uhrtag haben es eigentlich geschafft ja 350 kilometer waren es insgesamt aber easy going mal gucken wo es nächstes Jahr hingeht den so hier ja Vielen Dank. So, hallo Leute, wir fahren jetzt wieder voneinander in Iraq, wir sind jetzt hier auf der Fähre und wir haben hier was entdeckt. Wir haben hier so ein Ruhrgewicht, ich hab keine Ahnung wann unser Boot jetzt hier auslaufen kann, aber, ne, wisst ihr was es ist? So, hallo Leute und da wir auch in diesem Video wieder erfolgreich geschafft haben, die App-Mods zu verpennen, wünsche ich euch hiermit noch einen schönen Teil. Ich hoffe es hat euch gefallen, lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Video. Ciao!